Hallo, ich bin die Dani von Lake United und ich erkläre euch heute, wie meine Raspa von Suoton auch für kurze Arme funktionsfähig macht. Die Power-Wake-Buy-Bars ist meistens relativ ein langer. Also wenn man kurze Arme hat, ist es sehr schwierig, die Bar auch wieder zu erreichen. Erstens haben wir einen Stopperball. Das ermöglicht auch, dass ich meine Bar, wenn ich loslasse, wieder erreichbar ist. Aber das Problem ist, der Adjaster bleibt noch weg von mir. Das heißt, ich erreiche ihn einfach nicht mehr. Was ich machen kann, ist, dass ich diesen Adjaster ein bisschen zu mir nach vorne bewegen. Diese Leine hier, die ziehe ich einfach mal raus und somit seht ihr schon, dass der Adjaster sich zu mir bewegt. Ich ziehe das nach hinten an und somit seht ihr schon, dass sich die zwei Leinen herum ein bisschen verändern. Eine Seite bleibt kurz, die andere länger. Und jetzt muss ich das Ganze noch adaptieren. Ich stelle mich auf die Bar und dann seht ihr schon einen Unterschied in den beiden Längen. Indem ich einen Druck auf der Bar entwickle, kann ich auf der Seite festziehen. Und somit seht ihr, ziehen sich die beiden Leinen gleich lange.